Bing und Bong, kleine Helden aus dem All, Spannung jeden Tag, von zuhause ins All. Bing und Bong, ein Planet, der ruft nach euch, ein neuer toller Tag, wir sind fast schon da. Hallo, Heli ruft Bing und Bong. Auf dem kleinen Planeten der Natur gibt es einen sehr seltenen Hüpfer. Ihr habt die Aufgabe, ihn zu finden. Gute Reise, Bing und Bong. Ein Hüpfer-Findebuch. Das sind alle Tipps, die ihr braucht, wenn ihr einen ganz besonderen Hüpfer finden wollt. Guck doch mal ganz schnell. Bing, wenn du Spuren findest, führen sie dich vielleicht genau zu dem Hüpfer hin. Bing, wenn du Spuren findest, wird dann schief. Ist das vielleicht… Nein, das ist nur Baum. Nein, diese Fußspuren passen nicht zu dem Bild. Nein, diese Fußspuren sind nicht zu dem Bild. Aha, sie kommen der Sache schon näher. Das Ei sieht genauso aus wie auf der Abbildung. Guckt mal, das ist das Küken des seltenen Hüpfers. Hey, wacht auf, Bing und Bong! Tolle Spurensuche, Bing und Bong! Wenn du was suchst, das du nicht finden kannst und dich fragst, wo kann es denn los stecken, dann such nach Spuren am Boden schnell und nach Tipps in allen Ecken. Auf Wiedersehen, Bing, auf Wiedersehen, Bong! Kelly verabschiedet sich! Die Helden aus dem All, Spannung jeden Tag, von zuhause ins All. Bing und Bong, ein Planet, der ruft nach euch, ein neuer toller Tag. Wir sind fast schon da! Die Hüpfung Die Hüpfung Die Hüpfung Vielen Dank.